Ich habe halt ungespielt unterstützt, weil ich finde das halt krass, was der macht und ich mag das halt und deshalb will ich ihn auch unterstützen. Habe ich dann halt diesen Subscriber ranken gekauft, damit kriegt man dann halt so ein Icon, das ist halt so ein Ungeheuer Icon, den fand ich auch richtig cool. Kann man denjenigen halt unterstützen, das habe ich dann auch getan und das Lustige war halt, der hat an diesem Tag dann halt die ganzen Namen vorgelesen, wer zum Beispiel subscribed hat. Zum Beispiel, sagen wir mal, habe ich subscribed, dann sagt der, ah, bei Kalex hat er subscribed oder so. Und das fand ich auch richtig cool und ja, habe ich dann subscribed und der hat dann noch meinen Namen vorgelesen. Das Beste war auch dabei, ja, dass der halt bei Kalex gesagt hat. Hey und willkommen bei einer weiteren Runde Minecraft Survival Games und wir spielen auf der Map SG4 und ich gehe auch gleich direkt meine Taktik und zwar entweder ungespiegelt Route da hinten, Flughafen oder halt in den Wald, da gibt es halt so ein Versteck. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach zum Flughafen. Okay, na schade, ich habe nichts Großes zu bekommen, außer einen Helm, aber das bringt leider nichts. Ähm, trotzdem gehen wir zum Flughafen, der kann ja ruhig die Kiste daneben. Dafür schnappe ich mir gleich diese Kiste hier, Moment. Ach, da ist leider nichts, schade. Auf jeden Fall habe ich auch heute was Großes zu erzählen oder was Cooles zu erzählen. Und zwar, ähm, war ich halt gestern im ungespiegelt Stream und den greife ich lieber mal nicht an. Ähm, ich gehe erst die Kisten looten, ist halt ein bisschen cooler und der hat auch kein Schwert. Und du bist tot. Sorry, du bist... Okay, den habe ich. Ähm, so, jetzt ziehen wir mal kurz die Rüstung hier an. War da ein Schwert? Nein. Sehr gut. Ähm, Essen. Oh, da kommt, glaube ich, jemand. Okay, da kommt jemand. Da kommt jemand, da kommt jemand, da kommt jemand, da kommt jemand. Komm, den kriegen wir. Der sneakt? Nee, der kommt jetzt. Und. Ja, okay, den haben wir. Ähm, auf jeden Fall war ich halt gestern im ungespielt Stream dabei. Und, also nicht dabei, sondern ich habe es halt, ähm, ja, geschaut, kann man sagen. Und, ähm, man kann halt ungespielt abonnieren. Nicht wie auf YouTube halt abonnieren, sondern halt subscriben nennt man das auch. Halt abonnieren, ne? Und, wenn man das tut, dann kann man halt diesenjenigen YouTuber unterstützen. Und das kostet halt Geld irgendwie unterschiedlich. Also, es gibt einmal für 5 Euro, da muss man dann, also 5 Euro, dann ist man, glaube ich, für einen Monat irgendwie, ähm, Subscriber. Dann gibt es, glaube ich, noch, ähm, äh, 3 Monate, glaube ich, war das 3? Ich bin mir jetzt auch nicht so ganz sicher. Also, 3 Monate, glaube ich. Und, irgendwie, ein Jahr oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall halt 1 Monat 5 Euro, 3 Monate 14 Euro, halt immer so. Und, ich habe halt ungespielt unterstützt, weil ich finde das halt krass, was der macht. Und, ich mag das halt und deshalb will ich ihn auch unterstützen. Habe ich dann halt, ähm, ja, diesen Subscriber rank gekauft. Damit kriegt man dann halt, ähm, so ein Icon. Das ist halt so ein Ungeheuer Icon. Den fand ich auch richtig cool. Und, ähm, ja. So, man, ähm, ich weiß nicht mehr, was man dann noch alles bekommt. Aber, auf jeden Fall, ähm, kann man denjenigen halt unterstützen. Und, das habe ich dann auch getan. Und, das Lustige war halt, ähm, der hat an diesem Tag dann halt die ganzen Namen vorgelesen. Wer zum Beispiel subscribed hat. Zum Beispiel, sagen wir mal, hat, ähm, habe ich subscribed? Dann sagt der, ah, bei Kalex hat er subscribed oder so, ne? Und, das fand ich auch richtig cool. Und, ja, habe ich dann subscribed. Und, der hat dann noch meinen Namen vorgelesen. Und, das Beste war auch dabei, ähm, ja, dass der halt bei Kalex gesagt hat. Danke, ähm, bei Kalex für die fürs Subscriben halt. Und, ähm, willkommen bei der Raubmami halt, ne? Ist ja so klar. Und, dann hat er so leicht gegrinst. Und, ich, wie ihr wisst ja, Ungespielt kennt mich ja schon ein bisschen. Also, von den Kommentaren her, wer kennt mich nicht? Nein, aber, ähm, ich kommentiere nur bei Ungespielt, kann man sagen. Weil, bei den anderen kommentiere ich fast gar nicht. Weil, ich kommentiere halt meistens nur bei den Leuten, die ich auch riesig mag. Und Ungespielt ist halt so mein Favorit. Und, klar kommentiere ich auch bei anderen, aber halt am meisten bei Ungespielt. Oder fast nur bei Ungespielt, kann man sagen. Und, ja, auf jeden Fall hat er meinen Namen vorgelesen. Dann hat er so leicht gegrinst. Und, das war mega lustig. Ich habe so dann auch gegrinst. Und, dann hat er auch gesagt, danke für die Unterstützung. Und, er kennt mich halt, wie gesagt. Und, fand das auch richtig lustig. Und, er hat dann auch halt wegen diesem Let's Player des Monats auch was gesagt. Weil, ich habe erst gefragt, also, die meisten haben mich sogar aufgeregt. Ich habe halt Ungespielt gefragt, ob ich das machen darf. Weil, ich finde das ja ein bisschen scheiße, wenn ich ein Projekt mache, was jemand anderes erfunden hat. Aber, dann einfach, ja, weitermache. Weil, ich möchte, wenn schon, gerne eine Erlaubnis haben. Und, habe dann auch gefragt, schon vor ein paar Tagen. Habe aber leider nie eine Antwort bekommen. Und, im Stream hat er, äh, Stream, hat er es dann auch beantwortet. Was ich auch richtig cool fand. Und, ja, das war auf jeden Fall richtig cool. Und, dieses leichte Grinsen, das war schon ein bisschen, äh, ja, kann man sagen, lustig, ne? Und, okay. Du kannst mal weggehen. Hat der dann Stipp? Ne, schade. Ähm, auf jeden Fall, ähm, habe ich mir dann auch überlegt, dass ich mal vielleicht so ein kleines Special daraus mache. Also, wo, so ein paar Special Effects und so. Das ist auf jeden Fall richtig lustig. Ähm. So, schau mir mal kurz die Sachen. Zack. Okay. Der will jetzt mit dem Bogen spammen. Ähm, auf jeden Fall. Boah, hier spammt der die ganze Zeit mit dem Bogen. Ähm. Ja, dann habe ich mir auch überlegt, dass ich mal vielleicht so ein kleines Special mache. So ein Special mit, halt so einem Extra-Video. Wo ich dann halt alles einblende. Wo der halt auch gesagt hat, bei Kalex hat er abonniert alles mögliche. Fände ich halt auch richtig cool. Und den. Den habe ich. So, hatte der ein Steinschwert? Nein. Den kriege ich aber. Ja. Ähm. Nein. Ich habe jetzt aus Versehen mein Dings geplantet. Schade. Wollte ich gar nicht. Toll. So, macht nichts. Ähm. Der hat aber coole Sachen. Die gönne ich mir mal ganz schnell. Was hatte der noch? Hatte der irgendwie Eisenschuhe? Nein. Der hat aber Feuerzeug. Der hat Feuerzeug. So, da hatte der Eisenschuhe. Wir sind jetzt schon full iron. Das ist sehr schön. Dead skill. Ähm. Das sind halt Abonnenten, die halt immer spektaten. Das ist richtig cool. Also wie gesagt. Könnt ihr schreibt mir in den Kommentar, ob ich so ein extra Video machen soll. Und ein Special halt. Wie sind Special Effects? Wo der dann halt, ähm. Ähm. Ja. Meinen Namen erwähnt. Und wo der halt auch ein bisschen grinst. Das wäre halt richtig lustig. Also ich würde auch von nachher so ein kleines Special machen. Aber natürlich nur, wenn ihr es wollt. Ähm. Gut. Mist. Ich habe kein Steinschwert. So, in der Mitte. Boah. Das, äh. War knapp wieder. Ähm. Okay. Nein. 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 So. Jetzt habe ich das Dierschwert. Der wird jetzt, glaube ich, Bo spammen. Oder? Oder? Komm. Jetzt, komm. Okay, der kommt nicht. Ähm. Viele haben auch gefragt. Kadex. Das ist doch ein Spex Edit. Warum benutzen die jetzt nicht mehr diese, ähm. Hexitschwerter? Ganz einfach. Die sind voll langweilig geworden, finde ich. Und ich finde das halt besser, was ich jetzt hier bearbeitet habe. Also nicht selber. Sondern von anderen Texture Packs wieder. Und das sieht einfach mega, mega nice aus. Ähm. Gut. So, wir gehen jetzt mal auf den hier drauf. Komm. Hä, wo ist denn der jetzt gerade hin? Ah, ich kann doch sogar mein Schwert verzaubern. Aber ich trau mich irgendwie nicht. Der könnte von hinten sogar direkt kommen. Hä, wo ist denn der jetzt? Hä, jetzt mal ohne Witz. Der ist doch gerade... Oh, ja. Ja, Kadex. Du bist schlau. Guck, jetzt kommt der. Jetzt kommt der. Jetzt kommt der. Ja. Okay, den haben wir mal gut getroffen. Hä, wie viel lang brenne ich denn jetzt noch? Okay, das ist jetzt... Das war ja mega... Nein. Ich habe jetzt nur noch vier Herzen. Ich habe nur noch vier Herzen. Das ist gar nicht gut. Okay. Ich sammle mal kurz die Pfeile von denen auf. Und... Jawohl. Nochmal getroffen. Also der wird jetzt nicht mehr so viele Herzen haben. Okay, der hat sogar ein... Oh mein Gott. Halbes Herz. Boah, das war jetzt echt... Boah. Ich hatte selber nur noch fünf Herzen. Ich habe ja nicht gereckt. Oh mein Gott. Das war eine gute Runde. Und... Die geht gerade acht Minuten. Das ist eigentlich schon nice. Bei Kadex ist es sexy. Doch, basta. So. Das war eine gute Runde auf jeden Fall. Und ich möchte jetzt einfach das Video kurz wie möglich halten. Weil ich muss jetzt auch schon gleich direkt zum Training. Weil ich habe jetzt Fußballtraining. Und... Ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Und schreibt in die Kommentare, ob ich so ein Special machen soll. Halt von oben gespielt. Wo der meinen Namen erwähnt hat. Mit so ein paar Special Effects. Also... Ich weiß auf jeden Fall, wie ich das machen soll. Aber es liegt an euch, ob ich das machen werde oder nicht. Also... Schreibt es in die Kommentare. Und ich würde mich auf eine positive Bewertung riesig freuen. Und ich würde sagen... Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal.